Wie man zu viel Harnsäure reduzieren kann Zu viel Harnsäure kann zu verschiedenen Gesundheitsproblemen führen, Gicht, Nierensteine oder beispielsweise Niereninsuffizienz. Nachfolgend erfährst du mehr über dieses Problem und wie du es mit einfachen Hausmitteln in den Griff bekommen kannst. Was man über Harnsäure wissen sollte. Harnsäure ist das Endprodukt des Purinstoffwechsels. Purine befinden sich beispielsweise in Lebensmitteln wie Leber, Hering, Sardellen und Sardinen. Obwohl auch einige Gemüsesorten und Milchprodukte Purine enthalten, haben Studien gezeigt, dass diese keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Die Aufgabe der Nieren ist es, die Harnsäure zu filtern und über den Urin auszuscheiden, ein kleiner Teil wird auch über den Stuhlgang ausgeleitet. Wenn der Körper allerdings zu viel Harnsäure produziert, sammelt sich diese in Gelenken, Sinnen und zum Teil auch in der Organen, z.B. den Nieren, an. Zu hohe Harnsäurewerte spielen auch bei der Entstehung von Gicht eine entscheidende Rolle müssen jedoch nicht immer der Auslöser für diese Krankheit sein, andere Gründe sind Bluthochdruck, Herz- sowie Nierenkrankheiten. Die Gründe für erhöhte Harnsäurewerte sind ebenso vielfältig, Vererbung, Übergewicht, zu viel Alkohol oder eine Fehlernährung mit zu vielen schlechten Purinen können beispielsweise dafür verantwortlich sein. Auch harntreibende Medikamente, Strahlentherapien, Chemotherapie, Hypothyreose, Schuppenflechte oder Immunodepressiva können zu erhöhten Harnsäurewerten führen. Anfangs zeigen sich keine Symptome, deshalb ist es sinnvoll, die Harnsäurewerte von Zeit zu Zeit überprüfen zu lassen. Hausmittel und Rezepte zur Reduzierung des Harnsäurespiegels. Täglich einen ungeschälten Apfel, rot oder grün, essen, am besten nachmittags oder nach dem Abendessen. Die Apfelschale ist reich an Vitamin C und die Säuren im Apfel sind ebenfalls sehr gesund und entgiften den Körper auf natürliche Weise, wobei auch die Harnsäure entsorgt wird. Täglich zwei Esslöffel Kirschensaft trinken, dieser enthält viele Flavonoide, die den Kirschen auch die rote Farbe geben, und helfen bei der Ausscheidung der Harnsäure. Purinreiche Lebensmittel und Getränke wie rotes Fleisch, Lamm, Geflügel, Bohnen und Alkohol meiden. Diese sollten nicht öfter als einmal in der Woche konsumiert werden. Stattdessen können fett- und purinarme Nahrungsmittel verzehrt werden, gekochter Reis, Brot, Hüttenkäse und Naturjoghurt. Täglich acht Gläser Wasser trinken, so versorgst du den Organismus mit essentielle Mineralien. Außerdem werden damit Bakterien und Giftstoffe aus dem Organismus ausgeleitet und die Nieren gestärkt. Zu viel Salz und Koffein haben negative Wirkungen und verlangsamen die Nierenfunktion, deshalb besser meiden. Alle zwei Monate sollte eine Detoxkur durchgeführt werden, um Kristalle, die sich aufgrund der Harnsäure festsetzen, zu lösen. Dazu einfach einen halben Löffel Natron mit einem Glas Wasser mischen. Dieses Getränk achtmal täglich zu sich nehmen. Artischocken Diese Art der Entgiftung ist nicht für Menschen mit Bluthochdruck oder Nierenproblemen geeignet. Artischocken wirken stark entwässernd und entsorgen auch Harnsäure. Es gibt viele köstliche Rezepte mit Artischocken, am besten ist jedoch diese in Wasser zu kochen und den Sud zu trinken. Empfehlenswert sind auch Zwiebeln, die den Organismus entgiften und auch gegen andere Gesundheitsbeschwerden vorbeugen. Zwei geschälte und in Scheiben geschnittene Zwiebel kochen. Den Saft einer Zitrone dazugeben und jeden Tag ein paar Tassen davon trinken. Auch Erdbeeren helfen, die Harnsäure zu reduzieren und Gicht vorzubeugen. Empfehlenswert ist ebenfalls Erdbeerblätter oder Wurzeltee. Erdbeeren sind natürlich auch als Nachtisch köstlich. Kaliumreiche Nahrungsmittel verhindern die Bildung von Harnsäurekristallen, die sich in den Nieren ansammeln können. Deshalb werden Bananen, Avocados, grünes Blatt Gemüse, Spinat, Mangold, Rosinen, Trockenpflaumen, Wassermelone, Erdbeeren und Pfirsiche empfohlen. Auch komplexe Kohlenhydrate, die in Obst, Gemüse und Vollkorngetreide enthalten sind, sind hilfreich. Auf mit Fruktose oder Maissirup gesüßte Lebensmittel solltest du verzichten, diese haben erhöhte Harnsäurewerte zur Folge. Fruktose ist in Softdrinks und verschiedenen handelsüblichen Säften enthalten. Am besten Wasser und frisch gepresste Säfte ohne Zusätze trinken. Verwende Apfelessig, um deine Salate und Speisen zu würzen. Viele Studien weisen darauf hin, dass Apfelessig, aufgrund des hohen Kaliumgehalts und der Essigsäure, Harnsäure effektiv abbauen kann. Du kannst auch zwei Esslöffel Apfelessig mit einer Tasse Wasser mischen und zweimal täglich trinken. Verzichte auf proteinreiche Abnehmdeten, da diese oft zu einer übermäßigen Produktion von Harnsäure führen können. Wer abnehmen möchte, sollte sich lieber gesund ernähren und ausreichend bewegen. Abnehmdeten Bis zum nächsten Mal.